so leute willkommen zu dem video ja in dem video möchte ich euch meinen heute online gegangenen zweitkanal Dave vorstellen das ist mein neuer Relive-Kanal das heißt neuer also es ist ab jetzt mein Relive-Kanal auf dem ich Relive-Videos bringen werde wie zum Beispiel Vlogs, Unboxings, Reactions, also Zeugs. Mein Gaming-Kanal, Gamma-Accounts, Twitter-Tools weiter noch bestehen kommen auch weiterhin noch Videos und bleibt wie gewohnt du schulst es und Gamma-Accounts gibt es jetzt eben auch den Kanal Dave und das ist eben mein Relive-Kanal da habe ich auch so in das erste Video hochgeladen mit dem Titel Hi was ich sehe gerade auch ein Like hat und wenn ihr cool seid haut sie einfach da mal vorbei und schaut euch das Video an. Mich würde es auch ganz gern freuen wenn ihr unter den Videos treibt wie ihr es findet weil das mein erstes Video in die Richtung ist auch wenn das nur ein kurzes Vorstellungsvideo ist. Und natürlich würde ich mich freuen wenn ihr mich unterstützen würdet und auch meinen neuen Kanal abonnieren würdet und mit mir dabei seid und erlebt wie es Relive-Zeugs macht. Genau also das ist wie gesagt mein Relive-Kanal mit dem Titel Dave. Gamma-Accounts bleibt weiterhin bis den das ist halt mein Gaming-Kanal und hier eben Dave ist jetzt mein neuer Relive-Kanal. Link dazu ist der erste Link in der Videobeschreibung wie gesagt würde mich freuen wenn ihr mich auch da unterschätzen würdet und abonnieren würdet wenn ihr Relive-Videos sehen wollt. Und was meine ich mit Relive-Videos? Es kommen zum Beispiel Vlogs, es kommen Reaction-Videos also alles wirklich alles was nichts mit Gelnung zu tun hat und auch was ich bock habe mache es auf dem Kanal und deshalb werde es so handhaben dass es einmal in der Woche ein Video kommt jeweils Mittwoch und Freitags um 15 Uhr das ist der Plan dann schaut einfach mal vorbei, überzeugt es euch und ja das war es eigentlich mit dem Video das wollte ich euch mitteilen, macht es dem Expressen gut und ciao!